Der FC Salzburg vergibt auch den zweiten Matchball, ein Steirer könnte der neue Rapid-Trainer werden und eine ungeimpfte ÖSV-Athletin ist in Killington nicht mit dabei. Das sind ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Auch im zweiten Anlauf verpasst es der FC Salzburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Achtelfinale der Champions League aufzusteigen. Im Auswärtsspiel in Lille kommt der Bullen-Express nicht wirklich ins Rollen und der Gegentreffer nach einer halben Stunde durch Jonathan David besiegelt die zweite Niederlage in der Königsklasse und das in Serie. Trainer Matthias Jeißle führt die aktuellen Leistungen auch auf die fehlende Erfahrung einzelner Spieler zurück. Grundsätzlich ist es für ganz viele Jungs die erste Champions League Saison und ich glaube, da spielt dann ein Stück weit so ein Reifeprozess auch eine Rolle. Vielleicht war es phasenweise tatsächlich so in der ersten Halbzeit, da gab es sicherlich auch in der Halbzeit den einen oder anderen Hinweis, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres wie nach Hause zu fliegen mit dem Gefühl, dass man nicht alles rausgehauen hat. Alles in die Waagschale werfen heißt es dann am 8. Dezember, wo der Showdown in Gruppe G erfolgt. Vor dem letzten Spieltag kann eben noch alles passieren. Ein Punkt im Heimspiel gegen Sevilla würde aber schon reichen, um zum ersten Mal unter den Top 16 Europas zu stehen. Somit haben die Salzburger im dritten Anlauf immer noch alles selbst in der Hand. Im ersten Spiel von Manchester United nach der Ära von Ole Gunnar Solskjaer dürfen die Red Devils über den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse jubeln. Unter Interim-Coach Michael Carrick dauert es jedoch bis zur Schlussphase, ehe Ronaldo und Sancho zwei Treffer zum 0-2-Auswärtserfolg bei Villarreal markieren. Carrick spricht von einem wichtigen Erfolg für den Klub und die Spieler, die emotional einiges mitmachen mussten. Mit Chelsea hat es ein weiterer englischer Top-Klub unter die Top 16 Europas geschafft. Der FC Chelsea gibt sich im Rückspiel gegen Juventus keine Blöße und siegt klar mit 4 zu 0. In der aktuellen Verfassung zählt der amtierende Champion auch in dieser Saison zu den absoluten Favoriten. Und Yusuf Demir hat sein Startelf-Debüt in der Königsklasse gefeiert. Im Heimspiel gegen Benfica zeigt er eine ordentliche Leistung, trifft kurz vor der Halbzeitpause sogar die Latte und wird ab der 66. Minute durch Ousmane Dembélé ersetzt. Bei Dauerregen kommen die Blaugraner aber nicht über ein torloses Remis hinaus. Barcelona liegt derzeit auf Rang 2, muss aber zum Abschluss noch auswärts gegen die Bayern ran. Setzt sich Benfica gegen Dynamo Kiew durch, müssen auch die Katalanen in der Allianz Arena siegen, um nicht den Gang in die Europa League antreten zu müssen. Damit kommen wir zum nationalen Fußball und wohl zum heißesten Trainerstuhl in der Admiral Bundesliga. Nachdem Didi Kühbauer vor der Länderspielpause bei Rapid freigestellt wurde, kursieren viele Namen rund um den potenziellen neuen Coach in Wien-Hütteldorf. Doch jetzt übernimmt ausgerechnet ein Steirer die Favoritenrolle. Markus Schopp ist erst im Sommer von Hartberg in die zweite englische Liga zum FC Barnsley gewechselt. Dort wurde er Ende Oktober nach zwölf sieglosen Spielen in Serie entlassen. Seitdem hat man von Schopp nichts gehört. Gespräche mit Rapid sollen im Hintergrund aber doch stattfinden. Sportdirektor Zoki Barisic drückt aber noch auf die Bremse, denn das Gesamtpaket muss ganz einfach passen. Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass am kommenden Wochenende die ersten Überseebewerbe im Skialpinen Weltcup stattfinden. Während die Männer die ersten Speedbewerbe in Lake Lewis abhalten, befinden sich die Frauen für einen Riesentorlauf und Slalom in Killington. Im Vorfeld wendet sich bei den ÖSV-Damen Franziska Gritscht via Social Media zu Wort. Sie hat für sich entschieden, sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die 24-Jährige hofft dabei, dass dies akzeptiert und vor allem respektiert wird. Sie spricht von Kreuzungen im Leben, wo man eben Entscheidungen treffen muss. Bei der Einreise nach Amerika muss der Zweitstich nämlich mindestens zwei Wochen vorher erfolgen. Die Schweizerin Lara Gutbech-Rame hingegen hat aktuellen Informationen zufolge den Impfturbo gezündet, damit sie in Killington an den Start gehen kann. Weitere Updates und Informationen rund um den Ski-Weltcup gibt es jeden Donnerstag ab 19.40 Uhr auf Krone TV in Steilhang. Abschließend kommen wir noch zum Eishockey, wo der KAC den Einzug ins Viertelfinale der Champions-Hockey-League verpasst. Und das, obwohl die Klagenfurter das Hinspiel vor heimischem Publikum gegen Lexans mit 4 zu 0 gewinnen konnte. Im Rückspiel setzt es aber gegen den schwedischen Spitzenklub eine bittere 1 zu 8 Niederlage. Heute Abend hat Red Bull Salzburg noch die Chance unter die letzten 8 zu kommen. Dazu müssen die Mozartstädter allerdings einen 0 zu 3 Rückstand gegen das französische Team aus Roux wettmachen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Im Krone.at Live-Ticker sind sie ab 18.45 Uhr und ab 21 Uhr wieder live mit dabei, wenn es darum geht, wer in das Champions-League-Achtelfinale einzieht. Bis morgen. Bis morgen. zRO